Ernst Günther Karchow war ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant und Hörspielsprecher, Leben. Ernst Karchow wurde als Sohn des Kaufmanns Albert Rudolf Karchow geboren. Er absolvierte eine Ausbildung an der von Max Reinhardt gegründeten Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin. Erste Rollen spielte er am Deutschen Theater und an Theatern in Wien. Von 1914 bis 1918 nahm er als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Ab 1919 erhielt er ein Engagement an die städtischen Bühnen in Frankfurt. Ab 1923 war er an Bühnen in Berlin ab 1935 auch als Oberspielleiter tätig. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs folgte ein erneutes Engagement in Frankfurt. Mit der Spielzeit 1948-1949 wurde Ernst Karchow Intendant an den Kammerspielen in Bremen. Von 1950 bis 1953 hatte er die künstlerische Leitung an der Freien Volksbühne Berlin inne. Ab dem Jahr 1927 wirkte Ernst Karchow in verschiedenen Filmproduktionen überwiegend in Nebenrollen mit. Darunter befand sich der nationalsozialistische Propaganda-Filmverräter aus dem Jahr 1936 von Karl Ritter. Er spielte aber auch in Historien und Unterhaltungsfilmen wie 1935 Lady Wintermeres Fächer in der Regie von Heinz Hilpert mit Eliel Dagofer, Walter Riller und Fritz Odemar, der alte und der junge König von Hans Steinhoff mit Emil Jennings, Werner Hinz und Carola Höhn und 1937 Frederikus von Johannes Mayer mit Otto Gebühr, Hilde Körber und Käthe Haag. Zudem war er an den Filmen L.E.B. Wohl, Christina und Das Leben geht weiter beteiligt, die als unvollendete Filme gelten, da die Dreharbeiten vor Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr fertiggestellt werden konnten. Seine letzte Rolle in einem Spielfilm verkörperte er in Die Nacht der Zwölf von Hans Schweighart mit Ferdinand Marian und Rudolf Fernau, der als Überläufer im Jahr 1949 Uhr aufgeführt wurde, da dieser erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges fertiggestellt werden konnte. Er arbeitete auch als Sprecher in einigen Hörspielproduktionen mit. In einer Hörspieladaption des Schauspiels Die Spieldose von Georg Kaiser führte er zusätzlich auch die Regie. Ernst Karchow verstarb am 7. Oktober 1953 in Berlin-Wilmersdorf Filmografie 1927 Gewitter über Gottland 1929 Wir halten fest und treu zusammen 1931 Kinder vor Gericht 1931 Der Hauptmann von Köpenick 1932 Mieter Schulze gegen alle 1933 Inge und die Millionen 1934 Gold 1935 Der Alte und der Junge König 1935 Mein Leben für Maria Isabel 1935 Lady Wintermeres Fächer 1935 Einer zu viel an Bord 1935 Mazurka 1936 Verräter 1937 Frederikus 1937 Schillock Holmes 1937 Patrioten 1937 Heimweh 1937 Unternehmen Michael 1938 Der Fall der Ruger 1939 Das Lied der Wüste 1940 Mädchen im Vorzimmer 1941 Frau Luna 1941 Quacks der Bruchpilot 1941 Alarmstufe V 1942 Fronttheater 1942 Der große Schatten 1942 5.000 Mark Belohnung 1943 Du gehörst zu mir 1943 Damals 1943 Gefährlicher Frühling 1944 Der Majoratsherr 1944 Träumerei 1945 Die Brüder Nolltenius 1945 LeB Wul Christina 1945 Das Leben geht weiter 1945 Die Nacht der Zwölf Hörspiele 1948 Wurps wie der Hirtenspiel 1949 Medea 1949 Menschliche Komödie 1949 Das Bergwerk von Fallon 1949 Der Mann im Fahrstuhl 1949 Die Spieldose 1949 Das Zeitalter der Angst 1949 Drei alte Männer 1949 Ein Hirtengedicht in unserer Zeit Die Spieldose Die Spieldose Die Spieldose